So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel des 1. FC Heidenheim 1846 gegen die Kickers aus Offenbach ganz herzlich begrüßen. Besonderer Gruß geht natürlich unserem Gästetrainer, wie es sich gehört, Herrn Wolfgang Rolf. Herzlich willkommen in Heidenheim. Schön, dass Sie da sind. Und unser Trainer Frank Schmidt. Danke, ein leiser Applaus. Herr Rolf, wie haben Sie diese 90 doch sehr intensiven Minuten gesehen? Ja, sprechen Sie doch weiter, das ist uns auf einem guten Weg. Ich denke, das war hier in der Tat ein intensives Spiel von der ersten Minute an. Beide Mannschaften wollten gewinnen. Wenn ich sehe, in der ersten Minute können wir zu einem Führung gehen und im Gegenzug können Sie eins einstehen. So hat die erste Halbzeit begonnen und zwar hat es auch aufgehört. Sie war abwechslungsreich, sie war aufregend, es war alles dabei. Abseits-Tore überwieg drüben. Gut, ich habe gehört, es ist eine von Heidenheim ja kein Abseits-Tor gewesen. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, können Sie froh sein, dass Sie keine rote Karte bekommen haben. Ja, das war auch ganz klar eine Täglichkeit. Ja, und so gehen wir in die Kabine rein. Und ich habe zu meiner Mannschaft gesagt, jetzt müssen wir das Tempo erhöhen. Wir müssen jetzt hier, ich habe umgestellt, die Mitte hat mir nicht so gefallen, wir waren nicht so aggressiv. Ich habe Steffen Haas gebracht, er ist nach meiner Verletzung sehr gut ins Spiel gekommen. Ja, wir haben in der zweiten Halbzeit den Druck erhöht, haben natürlich zwei sehr, sehr schnelle Tore gemacht. Das haben wir hervorragend gemacht, eiskalt, so stellt man sich das vor. Und dann bin ich total unzufrieden mit meiner Mannschaft, dann haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Wir haben nur noch reagiert und haben die Kunde da schlecht ausgespielt und haben eigentlich Heidenheim ins Spiel kommen lassen. Und ich möchte nicht wissen, was hier los ist, wenn der Pfostenschuss nochmal reingeht. Dann kommen wir nochmal gehörig ins Wackeln. Ansonsten hat es die Mannschaft mit Geschick und mit der gewohnten Abwehrstärke nach Hause gespielt. Aber, wie gesagt, Abwehr im 2-0, das hat mir nicht mehr so gefallen. Das werde ich auch der Mannschaft sagen. Und ich muss ihm sagen, gratulieren für das, was er hier bewegt hat, was die Heidenheimer bewegt haben hier. Ja, sensationell, hier entstehen Schmuckkästchen. Ja, und sie sind noch dick im Geschäft, das darf man überhaupt nicht vergessen. Das war für uns überhaupt enorm wichtig, dass wir überhaupt noch über den Aufstieg mitreden können, dass wir hier heute mit drei Punkten einfallen. Ja, und der OSC ist noch am Leben. Jetzt geht es um Mittwoch für uns weiter gegen Wuppertal. Es wird genauso schwer, wir bekommen nichts geschenkt. Man sieht ja, wie ausgeglichen die Liga ist. Und am Ende, habe ich immer gesagt, wird abgerechnet. Und dann schauen wir mal, wer am Ende, ob die drei, die jetzt oben stehen, auch noch am Ende der Oben stehen. Das ist auch noch eine Frage. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Wolf. Frank, ich darf das Mikro reichen. Bitte um deine Kommentare nach diesem Spiel. Ja, ich denke, jeder kann sich vorstellen, dass wir uns das anders vorgestellt haben, vor allen Dingen vom Ergebnis. Ich denke, im ersten Halbzeit gibt es nicht viel dazu zu sagen. Es war ein intensives Spiel, es ging hin und her, Chancen auf beiden Seiten. Die erste Chance für Offenbach war vielleicht gleich in Hallowach. Und wir haben die Riesenchance durch den Alper Baktschetschi, der fast allein aufs Tor zuläuft, dann selber in Führung zu gehen. Leider haben wir es in der Phase oder in der ersten Halbzeit verpasst, dann wurde ich das 1-0 zu machen. Weil uns war bewusst, dass wenn Offenbach eben das Tor macht, dass es schwer wird, ihren Abwehrriegel zu knacken. Und in der zweiten Halbzeit ist natürlich dann Doppelbitter, dass es ein Doppelschlag ist. Und ich sage mal, da hat man, denke ich, den Unterschied heute gesehen, was am meisten aufgefallen ist. Heute hat die erfahrene Mannschaft einfach eiskalt zugeschlagen. Im Doppelschlag und ja, war zwar noch genügend Zeit, aber man weiß ja um die Starke in der Abwehr. Das habe ich vor dem Spiel nicht so breit getreten, damit meine Spieler das zum Schluss nicht noch glauben, sondern weil denen einfach auch das Gefühl geben, wir können hier zu Hause, wo wir gegen Braunschweig schon kein Tor geschossen haben, auch gegen Offenbach treffen. Ja, und ich sehe es genauso. Hätten wir die Chance genutzt, oder beziehungsweise wäre der Ball reingegangen vom Marc Schnatterer. Kennen wir ja am Fußball 2-1, dann wird es hier nochmal richtig laut und richtig turbulent. Aber auch eine andere Szene, wo mich ein bisschen ärgert, wo der Basti Heidenfelder die Chance hat, 2 gegen 1 vielleicht den Anschlusstreffer zu machen, wo er da hinläuft und der Paddy Meier schon steht. Und somit war es dann keine Überzahlsituation mehr. Kann man besser ausspielen, aber trotzdem, und das möchte ich an der Stelle wirklich einträglich sagen und auch bewusst, wir können nicht von Rückschlag sprechen, sondern wir haben unser Ziel erreicht. Die Mannschaft spielt seit Wochen und Monaten am Limit, immer mit dem vollsten Einsatz. Und ich bin mit der Leistung, mit dem Einsatz auch einverstanden, viel mehr wie im Spiel gegen Braunschweig, wo wir uns nicht so gewehrt haben. Und ich denke, wir können auf das Erreichte stolz sein. Das ist klar, wenn man sieht, die Mannschaften, die unten stehen, die haben ganz andere Probleme. Aber ich sage auch ganz klar, es sind noch 6 Spiele und ich sehe das genauso, wie es mein Trainerkollege gesagt hat. Am Schluss wird abgerechnet. Edgar Schmidt hat mal gesagt, am Ende kackt die Ende. Und es ist eben so, es ist noch alles möglich und wir werden alles probieren, wirklich im nächsten Spiel schon wieder anzugreifen und vielleicht gegen Ingwerstadt, die mit Sicherheit richtig unter Druck stehen am Mittwoch, was Sehbares mitzubringen. Und da gilt es jetzt die paar Tage zu nutzen, um vor allem in den Kopf freizukriegen und wieder an die eigene Stärke zu glauben. Und wenn es das gelingt, dann kann ich nur das Gleiche sagen, dass am Schluss vielleicht noch alles möglich ist. Und wir werden bis zum Schluss auch wirklich darum kämpfen, nach vorne dabei zu bleiben. Und dann schauen wir mal, was passiert. Danke. Vielen Dank, Frank. Ich möchte ganz kurz eine Frage anschließen an dich, Frank. Wie geht es Erreusser-Bannhoff? Ja, es ist schwierig, so direkt nach dem Spiel. Wer den Erre kennt, der geht wirklich nur aus dem Tor, wenn es richtig wehtut. Und ich denke, muss man gucken, was mit der Mittelhand ist. Es ist natürlich auch bitter, dass er wieder verletzungsbedingt runter musste. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass er dieses Mal Glück hat und vielleicht sogar wieder schnellstmöglich zur Verfügung steht.